Frühstück für Morgenmuffel, der Podcast zu Perfektgeweckt mit Zettel und Sperr. Ich habe alles. Ich habe sogar die Liste. Ich habe die Liste. Wir können beginnen. Gut. Gut. Ich kann das Wort nicht mehr hören, obwohl ich es so lustig finde. Wie heißen die Käfer? Breitmaulrüssler. Nein, Dickmaulrüssler. Ah ja, Dickmaul. Es gibt einen Breitmaulfrosch und es gibt Dickmaulrüssler. Ja, ich habe das Wort schon so oft gesagt heute. Deswegen kommt mir alles durcheinander. Also jetzt nochmal hochoffiziell für unseren Podcast. Frühstück für Morgenmuffel. Morgenmuffel. Dickmaulmuffel. Frühstück für Morgenmuffel. Für Morgenrüssler. Lass mich mal ausrennen. Für Langrüssler. Weil, weißt du, Langschläfer. Frühstück für Morgenmuffel, der Morgenschuh-Podcast von Zettel und Sperr auf Live-Radio. Zuhörend für euch. Vielleicht hört ihr uns auch gerade über die Live-Radio-Homepage, live-radio.at oder in der Live-Radio-App oder zu hören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Dickmaulrüssler. Yes. Dickmaulrüssler. Es ist so ein lustiges Wort, obwohl ich Großmaulrüssler besser passend finden würde für dich, weil du bist der Großmaul. Du meinst wegen dem Rüssel. Aber warum Großmaul? Also Großmaul wegen dem Großmaul, verstehe ich. Genau. Also an deinen Rüssel denke ich so nicht. Eher an deinen Großmaul. Und es betrifft dich ja, weil dieser Dickmaulrüssler ein Problem in deinem Garten ist. Richtig. Der Dickmaulrüssler hat sich in meinem Garten breitgemacht, nämlich in meiner Kirschlaubehecke. Dickmaulrüssler, der frisst die Blätter, was scheiße ist, weil dann die Blätter scheiße ausschauen. Und das Problem ist, der hat Larven, dieser Dickmaulrüssler. Und diese Larven fressen die Wurzeln. Und wenn die Wurzeln gefressen sind von der Larve des Dickmaulrüsslers, dann stirbt der Busch, der Strauch, ab und dann hast du ein Loch in der Hecke und das will man nicht. Und den hast du ja gerade erst vor zwei Monaten oder so gepflanzt. Viel Geld. Schön magst du es natürlich auch haben. Und jetzt kommt dieser Schädling daher, der Dickmaulrüssler, und frisst er alles auf, weil er sich denkt, oh geil, Gratis-Buffet. All you can eat. Genau. Und darum haben wir euch heute bei uns in der Sendung Perfekt geweckt mit Zürtel und Sperr gefragt, was kann man denn gegen diesen Dickmaulrüssler tun? Also liebe Gartenfreunde, spitzt eure grünen Ohren. Folgendes. Gegen den Dickmaulrüssler könnt ihr verwenden Kaffee zum Beispiel, also Kaffeesatz, dann zum Beispiel Knoblauch, kann man Knoblauch-Tee zum Beispiel in eine Flasche rein und das sprühen oder Nehmöl. Nehmöl geht auch, das habe ich vorhin nicht erkennt, aber das dürfte sehr wirksam sein. Nehmöl heißt es. Das alles wirkt gegen den Käfer, wirkt aber nicht gegen die Larve, die unten bei den Wurzeln ist. Und gegen diese Larve wirkt möglicherweise angeblich ein Huhn. Ein Huhn? Weil das Hund die Larve sucht und frisst, deswegen wäre das Problem erledigt. Nachdem aber unser Nachbarshund das emotional nicht durchdrucken würde, wenn bei uns ein Huhn herumlaufen würde, schließe ich das einmal aus. Dann kann man das noch bekämpfen. Wobei, ein Huhn, brauchst du ja meistens zwei Hühner, weil sonst wäre ein Huhn, ist immer traurig, nehme ich mal an. Achso, kennst du das aus in der Hühnerbranche? Nein, aber ich denke mal, ein Tier ist immer alleine, aber ich denke mal, wenn du Hühner hast, sag deinen Hühnerverschlag und da Hühner, dann hast du immer frische Eier fürs Frühstück. Das wäre eigentlich ganz geil, aber sie kacken halt auch auf dem Rasen. Ja, wir haben einen ziemlich beschissenen Garten. Ja. Gut, also zurück zum Huhn, schließe wir aus. Ja. Also, Huhn kommt nur dann in Frage, wenn es wirklich bräsiert und wenn, aber nein, Huhn schließe wir aus. Dann geht noch Nematoden, das sind so kleine Bandfadenwürmer, mit freiem Auge nicht ersichtlich. Das kriegt man zugeschickt, das mischt man in die Gießkanne mit Wasser dann und dann gießt man die Pflanzen und dann diese Würmer, die man nicht sieht, die greifen dann diese Larven an, fressen die und dann ist das Problem auch erledigt, weil keine Larven, keine Käfer. Okay, und diese Bandwürmer sind aber dann für Tiere oder Kinder und so nicht schädlich. Keine Ahnung. Ja, das habe ich noch gelesen. Aha, okay. Ja, und dann gibt es noch Gift. Die Chemiekeule. Chemiekeule, genau. Ja, und das will man ja nicht. Will man nicht. Da hat man ja ein schlechtes Gewissen. Will man nicht. Wobei, dick, Maul, Rüssler, will man dann schon, dass er weg ist. Den wollen wir wirklich vernichten. Aber für was entscheidest du dich jetzt? Weiß ich noch nicht. Werde ich mich heute tagsüber noch entscheiden. Also, der Entscheidungsprozess hat heute begonnen um fünf. Ja. Und ich werde den heute abschließen gegen, keine Ahnung, zwischen drei und vier. Dann fahre ich einkaufen und dann wird der Rüssler bekämpft. Die Silvia hat ja auch heute bei uns auf Sendung in der Früh angerufen und hat gesagt, sie hat genau das gleiche Problem gehabt. Und sie hat dann halt immer, weil sie halt auch diese Käfer an sich gestört haben, in der Nacht ist sie rausgegangen. Sie sind ja nachtaktiv, diese Viecher. Habe ich auch schon gemacht. Ja, mit Stirnlampe in den Garten, mit einem Wasserglas, hat diese Käfer von den Büschen runtergezupft und dann ins Wasserglas. Ertränkt. Genau. Wobei, das ist halt eh cool, wenn man Käfer sammelt, haben wir auch schon getan. Wir haben schon wirklich, also jetzt dutzende Käfer ermordet. Aber solange die Larve da unten ist, kommen die halt immer wieder nach. Das ist halt eben das Problem. Ach, ist das blöd. Ja, mit Garten hat man einfach immer Arbeit. Dickmaulrüssler. Ja, super. So, Dickmaulrüssler. So, abgesehen von den Dickmaulrüsslern, bist du eigentlich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt da? Warum bin ich aufgeregt? Naja. Weil ich Geburtstag gehabt habe gestern? Das auch, aber es geht ja jetzt nach Lidschi. Ja, ja, deswegen ist es stressig, weil ich muss ja heute Abend, weil, also man kann ja eigentlich den Dickmaulrüssler nur bekämpfen, wenn es dämrig ist. Also das ist ja immer schwierig, die Sonne darf nicht scheinen, weil sonst da wirken diese ganzen Dinger nicht, beziehungsweise der ist nur, der ist nachtraktiv. Das heißt, der kommt irgendwann so, wenn es dämrig wird, auf die Pflanze und erst dann kann man ihn bekämpfen. Deswegen muss er den heute noch bekämpfen. Und dann geht es aber ab. Nach Lidschi. Nach Lidschi. Ist ja so geil. Also den Begriff Lidschi für Lignano kenne ich nur von dir. Ich habe ihn kopiert, ich finde ihn total lustig. Jetzt hör mal, wie schaut dein Lidschi-Trip aus? Wann geht es los? Du wirst ja hoffentlich nicht im Stau stecken. Richtig, richtig über deinem Stau stehen, genau. Ja, das weiß ich nicht, genau, wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Uhr werden wir wegfahren. Okay, und wer sind wir? In der Früh, ich, also zwei Freunde von mir und ich, also das Dritte werden wir fahren. Männerurlaub. Richtig, Männerurlaub. Zwischen 2 und 3 fahren wir weg. Und dann hoffen wir, dass wir beim Runterfahren nicht so sehr in den Stau geraten. Da bin ich noch zuerst zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Und dann fahren wir da runter und am Sonntag wieder rauf und da wird es dann eventuell passieren. Das ist immer blöd. Jetzt habe ich eine Frage. Männerurlaub, das heißt, du hast nur... Habe ich was übersprungen oder was? Nein, nein. Hast du nur einen Rucksack mit? Nein, warum? Packst du viel ein? Das liegt im Auge des Betrachters, ob viel oder weniger, aber halt normal. Also ich schätze jetzt für dich, du bist eher so ein Mensch, ein Mann, der nicht so viel einpackt. Der langt der Rucksack? Nein. Nein, okay. Also bis zum Dach ein bisschen einlaufen. Ich brauche ja die Schuhe zum Tanzen. Die polierten Schuhe zum Tanzen. Die Lackschuhe zum Tanzen. Dann ist die Hemden. Und ja, die Anselpanier halt, wenn man fortgeht. Ja, okay. Also doch ein Kofferl. Das ist natürlich. Und ein Beautycase? Nein, also Toilette. Aber Koffer schon. Wieso? Kennst du Menschen, die so grauslich sind und sich nicht umziehen im Ruder? Nein, nein, gar nicht. Das hat nicht mit grauslich zu tun, aber die haben halt auch kurze Hosen mit für so einen Kurztrip. Zwei Leiberl, eine Badehose, ein Handtuch und ein Zaunbirsten und das war's. Da reicht meistens ein Rucksack. Nein, ich bin da anders. Also ich habe meistens, ich bin da eher, das ist so die weibliche Seite in mir, ich bin da eher, ich habe immer zu viel mit. Das ist die Christiane in dir. Genau, aber grundsätzlich gilt ja, wenn man auf Urlaub fährt, also alles packen. Und dann quasi, also das ist die einzige Regel. Wenn du zum Beispiel jetzt länger auf Urlaub fährst, keine Ahnung, wohin fliegst du, so ein, zwei Wochen oder jetzt da einen Kurztrip. Du packst den Koffer, legst den Koffer aufs Bett, daneben die Kohle, die du brauchst oder die du kalkuliert hast für den Urlaub. Dann, du hast da die Hälfte von dem, also die Hälfte aus dem Koffer raus und das doppelte Geld und dann fährst du. Einige Regel. Das mit dem Gewand, verstehe ich, also ich boke auch immer das Top. Halbwerts Gewand, doppelt das Geld, fertig. Halbwerts Gewand geht sich bei mir nie aus. Es ist immer doppelt Geld und doppelt Geld, also doppelt Geld und doppelt Gewand. Alles doppelt. Ja, leider, leider. Aber gefreist dich schon. Ja, das wird schon, das wird schon fesch. Okay. Das wird schon fesch. Auf was gefreist dich kulinarisch, weil du bist ja richtiger Italien-Fan? Richtig, richtig. Ja, also auf alles eigentlich. Also jetzt so auf Pizza, dann auf Spaghetti und für ausgefallene Dinge, gell? Ja, ja, voll. Ja, Pizza und Spaghetti und dann noch Gelati vielleicht. Gelati und Coco, Coco, Bello, Coco. Nein, ich bin jetzt kein Kulinariker, sondern ich stehe einfach auf das italienische Essen, das man uns auch gibt, aber dort ist es auch besser. Ja. Und deswegen taugt mir das. Du hast Essen, es riecht anders, du riechst es mehr und du hast den ganzen Tag einen leichten Sitzen, das ist auch nicht schlecht. Und es ist einfach drei Tage was anderes. Ja, aber es fällt ja nicht auf. Du warst drei Tage weg vom Dickmaul-Rüssler. Ja, der Dickmaul-Rüssler ist auch froh, wenn er die nicht sieht in der Nacht mit der Stirnlampen und der wird da angeleuchtet. Nein, aber da wünsche ich dir natürlich einen wunderbaren Männerurlaub. Ja, danke. richtige griechische Hochzeit. Eine meiner liebsten Freundinnen ist Gretanerin, also geboren auf Greta, aufgewachsen, aber in Athen und die hat in St. Deutschen geheiratet. Geile Kombi. Und die heiraten jetzt kirchlich in Athen. Die ist griechisch-orthodox und auf das bin ich echt total gespannt, wie so eine richtige griechische Hochzeit wird. Da musst du dann Zaziki tanzen. Zaziki tanzen, ja. Ich glaube ganz viel, wie heißt dieser Schnaps, dieser Aniss-Schnaps? Uso. Ich werde, glaube ich, ganz viel Uso trinken. Nein. Ah ja. Uso ist das Letzte. Aniss ist das Letzte generell. Nein, ein Semmel mit Aniss ist schon gut. Ein Semmel mit Uso. Ein Uso-Semmel. Ein Uso-Semmel. Aber ich bin, du wirst jetzt lachen oder auch nicht, oder Kopf schütteln oder dir denken, ja typisch. Ich habe natürlich schon seit Wochen ein Kleid für die Hochzeit. Schuhe habe ich schon gecheckt. Handtasche muss ich noch checken. Die passenden Ohrringe fehlen noch. Aber ich bin schon quasi startbereit, obwohl wir erst nächste Woche fahren. Und du hast vorher Klien auch schon mit Uso? Im Flieger schon. Also trainieren quasi. Im Flieger schon. Okay. Nein, Uso ist ja jetzt auch wirklich nicht so meins. Aber so einer muss, hat mir auch meine Freundin gesagt, also die Elisa, die heiratet. Es gibt schon gewisse Dinge, auf die man achten muss bei griechischen Hochzeiten. Okay, worauf? Naja, zum Beispiel hat sie gesagt, wenn es zum Tanzen wird und man wird von einem Griechen aufgefordert, kann man nicht sagen, nein, 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 ich kann nicht tanzen. Muss man auf die Tanzfläche griechen? Zu einer späteren Stunde wahrscheinlich. Aber da darf man nicht Nein sagen, weil das ist ja... Das ist für Schaß. Ja, das ist anscheinend dann... Stell dir vor, da ist es für Schirch. Ja. Und stinkt. Ja, weil es so heiß ist und schützt und so. Also, nein, aber das dürfte eine große Beleidigung sein, sondern man muss das quasi annehmen und dann halt zumindest ein wenig alles schecken. Ja, aufs Essen frei machen. Ja, aber stell dir vor, da wollen hundert Leute mit dir tanzen, da musst du hundertmal tanzen und dann kriegst du sonst nichts mit, weil du die Einzige bist, die ständig auf der Tanzfläche so flack getanzt. Ja, aber dafür ist dann die Tanzfläche immer voll und das will man ja auf einer Hochzeit. Nichts Schlimmeres, wie wenn es einen DJ gibt, der auflegt und keiner tanzt. Nein, aber das erhoffe ich mir mal nicht, weil ich kann jetzt so irgendwie so Paartänzer ja gar nicht. Aber ich bin schon gespannt auf die griechischen Männer, weil die sind ja die meisten sehr fesch und so. Ach so? Ja. Und generell Athen war er noch nicht. So wie der Tännisspieler, kennst du den? Stephanus Tsitsipas. Ja, der Tsitsipas. Der schaut aber nicht aus wie ein typischer Griecher, finde ich. Ja, aber ist das der, der hat so längere Haar, oder? Der schaut aus wie Jesus. Ja, genau. Der schaut nämlich aus wie der Sohn meines Mannes. Geh. Ja, voll der Paul. Ja, der Paul ist voll der Fesche. Paul, du bist der Fescher. Ja, und der Paul schaut echt aus wie der Tsitsipas. Das ist voll witzig. Ich kenne mich bei Tännis nicht aus, aber ich weiß, wie er ausschaut. Ja, aber, ja, also griechische Männer sind schön. Ja, also die griechischen Männer, die ich kennengelernt habe, waren immer sehr schöne, rassige Männer. Das ist die Frage aller Fragen. Fliegt dein Mann auch mit? Ja. Ach so, dann ist es fad. Er ist auch ein schöner Mann. Dann ist es fad. Gar nicht, boah, nein, wir freuen sich schon. Ja, na cool. Ja, aber er ist ja arm, er tut mir richtig leid. Warum? Na ja, bei der er hat seinen Anzug anziehen als Mann. Ah ja, das stimmt. Ah, das ist so nervig. Das stimmt. Richtig, richtig nervig. Aber jetzt haben wir geschaut, dass wir so einen Anzug kaufen, weil es so einen leichten Stoff, Leinenhemd und so. So blau-weiß. Er ist wirklich blau. Griechische Flagge. Ja, ja, voll. Nein, aber das wird wirklich cool und vor allem, das muss ich jetzt einfach einmal sagen, alle Moms und Eltern werden mich verstehen. Das wird ein Kurzurlaub, fünf Tage werden das sein, ohne Kind. Und das wird einfach traumhaft schön. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und am Dienstag, wenn ich dann wieder Sendung habe, werde ich mit so einem Auge dir gegenüber sitzen. Also aber nächste Woche... Bin ich noch da? Noch im Einsatz. Genau, ab Donnerstag pflege ich dann. Okay. Ja, aber dann gibt es nächste Woche doch noch einen Podcast. Ja, natürlich. Am Mittwoch gibt es dann quasi dein Resümee über Ligi und mein... Wenn ich es heim schaffe. Wenn es es heim... Ja, ich drücke dir fest die Daumen. Und es gibt dann quasi einen Teaser auf Griechenland. Ob ihr eine Handtasche, Ohrringe, passende Sonnenbrille noch gekriegt habt. Also eure Fragen zu meinem Urlaub, zu Steffis Urlaub, gerne an uns. Ja, an podcast.livefreude.at, an feedback.livefreude.at. Ihr könnt natürlich jederzeit alles fragen, was ihr wollt. Und Kritik, wir nehmen alles, wir lesen alles vor und freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Mail schreibt. Genau, in diesem Sinne, Bonanotte. Was heißt das auf Griechisch? Kalinichter. Was? Gute Nacht aus Kalinichter. Keine Lichter. Keine Lichter, Kalinichter. Keine Lichter, aus. Gute Nacht. Servus. Frühstück für Morgenmuffel. Der Podcast zu Perfekt Gewäck mit Zettel und Sperr.